Ich finde es schon wichtig, dass die Sachen, die wir machen, anwendbar sind und dass wir, wenn wir Sachen erzählen, die auch praxistauglich und eigentlich auch schon erprobt sind. Ich bin Stefan. Ich habe vor zehn Jahren Embark mitgegründet und seitdem mache ich da so Sachen rund um Softwarearchitektur. Das heißt, ich entwerfe Lösungen gemeinsam mit Kunden, bewerten Lösungen gemeinsam mit Kunden, Software-Sachen halt. Also ich finde es tatsächlich toll, Sachen mit Leuten zusammen zu machen. Das kann bei Kunden sein, dass man eine Bewertung zusammen macht. Das kann aber auch sein, dass wir uns ein Thema nehmen und dazu was machen. Workshop auf der Konferenz beispielsweise, wo wir das Thema halt aufschließen, wo wir dann Übungen zu konzipieren, das mit den Leuten gemeinsam dann durchspielen da auf der Konferenz. Das macht mir am meisten Spaß.